hallo leute herzlich willkommen auf unserem kanal so wie ihr kennen könnt stehe ich heute alleine vor der kamera denn es gibt heute ein 20 haul ich habe heute mein paket erhalten und habe darauf gewartet mit euch gemeinsam auszupacken ich hoffe euch wird mein video gefallen und bleibt bis zum schluss dran so leute entschuldigt vorerst mal für die ganzen raschel geräusche aber ich muss das paket ja irgendwie öffnen als erstes eine jean soße mit weitem bein so sieht die aus ich bin echt gespannt so sieht der bunt aus und so das hintere teil genauso eine schlaghose ich bin gespannt also der stoff ist fühlt sich echt ist nicht stretchig aber die jeans fühlt sich trotz dass es keine stretchhose ist ziemlich weich an also echt gar nicht hart ich lege das mal so auf den boden dann habe ich mir zunächst für einen jogginganzug gestellt ober und unterteilt ich fand das sah so süß aus auch die farbe mal was anderes das war die haben das so gut eingepackt das ist einmal das oberteil dann die ärmel kapuze hat es auch und hier unten hat es solche wendel zum etwas schmaler schnüren genau und dann die hose drunter also der stoff fühlt sich jetzt wirklich schon dick an und das ist eigentlich genau für dieses wetter noch würde ich sagen sieht echt gut aus ach genau in der e mail stammt ich glaube es waren insgesamt fünf oder sechs teile ein teil verspätet sich der wird dann einfach später zugeliefert und genau jetzt fehlt mir also ein teil das war auch so ein jogginganzug in rot das würde ich dann einfach im nachhinein noch hinzufügen ins video weil ich glaube das sollte eigentlich morgen auch ankommen also so wie es in der e mail steht bin mir jetzt auch ganz sicher dann haben wir hier nochmal so ein jogginganzug in schwarz ober und unterteilt also als set und ich hatte mir so lange schon vorgenommen so zwei teile zu bestellen dass man einfach wenn man mal spazieren geht oder mal radfahren oder einfach mal hier so schnell kurz was zum drüber ziehen ich finde es immer so schön und auch wenn man besucht bekommt familie besucht meine ich familie dass man da vielleicht ein bisschen bequemer sich anziehen kann und einen schönen jogginganzug dann halt hat genau das ist jetzt ein anderes set genau das hat hier an der seite so zwei taschen an der hose sind eigentlich so standardhosen unten hat es auch so wie nennt man das nochmal gummizug an den beinen das finde ich immer so praktisch und das oberteil sieht so aus ist etwas längeres oberteil wie das davor das oberteil sieht mir aber ist ein bisschen klein aus ich weiß nicht muss man probieren hat dann auch so eine kapuze hier oben mit zwei schnüren und vorne hat das auch so täschchen dann kommen wir zum letzten produkt das war es dann nämlich auch schon das ging jetzt schnell aber ich sag euch kurz mal genau das waren fünf teile und vier teile sind angekommen so als nächstes eine trenchcoat jacke wollte ich mir eigentlich schon letztes jahr kaufen aber habt ihr jetzt im angebot auf trendjahr gefunden und wollte sie unbedingt haben ich hoffe nur dass sie auch getragen sehr gut aussehen wird also qualitätmäßig fühlt sich alles sehr gut an außer bei diesen bei diesen schwarzen jogginganzug da sah mir das oberteil ein bisschen klein aus muss ich aber alles mal anprobieren so sieht die jacke aus so eine trenchcoat wie gesagt ist ziemlich lang und an den ärmeln hat das auch so schnallern ich zeige euch das mal kurz also ganz ehrlich für den preis ich glaube der hat von 60 oder 65 ganz kurz ich sag es euch genau ähm wo steht das denn ach hier ne da steht ja gar nicht der betrag ok komisch kann ich euch doch nicht sagen sorry ich schaue einfach mal später nochmal nach dann kann ich das ja euch hinzufügen im video ähm genau so sieht das jetzt zugeschnurrt aus und ich probiere das alles mal an ich bin gespannt was ich alles behalten werde dann würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat dann lasst sehr sehr gerne einen daumen nach oben vergisst nicht zu abonnieren und wenn ihr bis zum ende dran geblieben seid dann könnt ihr ja unten in die kommentare ein herz oder ein smile je nachdem wie ihr möchtet da lassen und ich freue mich drauf vielen dank bis zum nächsten mal tschau